Musik Musik Ja, das Schöne am Summit ist, dass wir nicht nur in den Sessions einen guten Austausch mit den Teilnehmern haben, sondern dass die Teilnehmer eben, weil alle ähnliche Probleme haben, auch zwischen den Sessions sich gut austauschen können. Also cool ist halt einfach so der Perspektivenwechsel. Ich finde es super, wenn es viele Workshops gibt und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Der erste Eindruck ist super. Die Location ist, glaube ich, ganz cool, ist sehr angenehm. Workshop macht bisher mega viel Spaß. Workshop macht bisher mega viel Spaß.